hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren video hier auf diesem kanal sofort gleich wir sind im jahr 2019 leute ja frohes neues an euch alle ich hoffe ihr seid gut reingekommen wünschen euch natürlich viel 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 glück fürs neue jahr leute und ja freuen uns drauf das ist der erste das ist ganz komisch irgendwie bei uns es ist halt so wenn das datum immer der erste erst manchmal denkt man sich dann immer so da hat wo die uhr nicht richtig weil immer wenn du dir ein neues gerät kaufst steht ja immer erst der erste kennt ihr das jetzt zum beispiel auch von dir ich habe ganz ehrlich wenn du den wecker da hinten habe ich nämlich ein der hat sich mal gestellt und dann war das also habe ich noch angebracht da war bei erst der erste ja ich habe auch das gefühl das ist gerade ein fehler in deinem kopf was erzählst du da für eine komische geschichte ich denke wir machen hier ein daily shop video haut der jene geschichte raus über irgendwelche geräte die wenn sie neu gekauft werden und das ist voll komisch dass jetzt erst erst dabei windows mac und was weiß was erzählst du hier also lasse ich jetzt einfach mit dem shop anfangen ich habe ihn gesehen und habe gedacht die jenner abklatschen ach so scheiße das sieht ja aus wie wie wenn tamagotchi auf drogen pokémon deluxe durch pokémon mein gott und selbst die augen mal die augen mir die blinken auch noch blinke blinke ich kann ich nicht kann ich nicht 22 20 euro ist mir scheißegal 1 von 10 mein gott ist das schön hier auch drei weiter das ist schlimm ja der sieht wirklich so aus wie wie die crow was denn das heute das sieht ja noch viel schlimmer aus dem kann ich also ich meine er sieht nicht die hier sieht ja ja sogar vier von zehn aber bei dem ja bei einem clowns koste mit gebe ich den 0 von zehn ja dann nehme ich auch drei von dem anderen und diesen clown gar nichts gar nichts nur eine so dass da weigere ich mich an der benutzt okay da gibt es zwei von zehn das ist schlimm eine pikaboo auch wieder drei oder so und dem clown geht schon wieder null das ist so schlimm ich mach 15 euro pickel nur weil du hast mal gesagt du findest die cool ja ich weiß wenn man damit leute nerven kann wie zum beispiel dich so ich gebe dir mal was willst du denn geben das willst du nicht wirklich wissen gibt ihr erst mal deine note ich gebe der 15 war komm du fandst die mal richtig gut ich glaube ich bin zu 15 3 und ich sind wir da mal weg jetzt kommen wir zu den daily items weil heute diese featured items die sind der horror für mich ist eine absolute horror für mich sollte ich habe jetzt silvester gefeiert ja und da wird auch viel buntig und so weiter in den himmel geballert aber das ist ja grausam ja also ich habe dieses kind ich habe dieses kind ich gebe diese diesem skin gebe ich drei von zehn vor allem was wie geil was wie geil nicht weil hier unten wenn sogar noch die füße getarnt dass du das im grünen hast du so ein verkacktes verkacktes einhorn lama da direkt um dich herum in allen möglichen regenbogen farben hier gefällt dann natürlich gar nicht mehr auf nein nein die finde ich aber ein bisschen besser jetzt das ist echt das erste was ich dem welch mich sechs von zehn gebe ja ich auch aber so krank finde ich jetzt auch nicht mehr dann leid schon ja also ich finde ja solche skins eigentlich ganz nice 800 aber ich kann dem leider nicht mehr als sechs von zehn geben geht nicht ja ich auch drop the bass drop the bass drop the bass wir sind beide gekrabelt worden und er geht ewig nicht lange irgendwann kommt der loop wieder aber das ist das ding ist schon ziemlich lange so jetzt kommt der loop wieder so jetzt ist er fertig ja was gibst du denn mit pumpenickel jetzt beide gekrabelt aber wir machen hier bewegungen und was gibt es den pumpenickel dem gebe ich acht so glowrider illuminate a path to victory ok alles klar 0 von 10 ja mehr als als er sieht ja nicht ganz aber es ist halt auch wieder so ein kack standard gleiter mit einfach nur normalen skin drauf deswegen kann ich ihm auch nicht mehr als 0 von 10 ok wenn es noch mal gefallen bis dann noch mal und ciao 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 ciao